Liebe Angehörige und Mitglieder der Heinrich-Heine-Universität, Weihnachten steht kurz bevor. Eigentlich eine Zeit der Besinnung und für viele eine Zeit des gemeinsamen Feierns. Doch bei aller Vorfreude auf die Festtage sind viele von uns in diesem Jahr sehr betroffen und nachdenklich gestimmt. Der grausame terroristische Angriff auf Israel hat uns alle zutiefst bestürzt. Die Folgen dieses Angriffs sind katastrophal für die Menschen in Israel, in Gaza und im Westjordanland. Das Leid der Menschen in der gesamten Region und die Trauer der Angehörigen weltweit, unter denen auch Mitglieder der Heinrich-Heine-Universität sind, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Unsere Gedanken sind bei den zahlreichen unschuldigen Opfern auf allen Seiten. Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert weiterhin an. Viele Menschen dort leben in großer Unsicherheit, erleben furchtbare Verluste oder befinden sich auf der Flucht. Einigen von ihnen konnten wir hier an unserer Universität mit Gastaufenthalten, unserer Lehre oder mit Sprachkursen etwas beistehen. Aber unsere europäischen Grundwerte wie Freiheit und Demokratie, wie Toleranz und Respekt werden durch die aktuellen Entwicklungen immer mehr in ihren Grundfesten erschüttert. Wir erleben in unserer Gesellschaft verstärkt aufkommenden, unerträglichen Antisemitismus, aber auch Muslimfeindlichkeit ebenso wie eine erschreckende Gewaltbereitschaft und eine fehlende Dialogbereitschaft. Das verunsichert zunehmend Studierende und Beschäftigte bei uns auf dem Campus und ich muss gestehen, auch ich bin erschüttert über diese Entwicklungen. Schnell kann sich dadurch ein Gefühl der Ohnmacht einstellen und diesem Gefühl möchte ich gerne etwas entgegenstellen. Zwar können wir, und das wissen wir alle, die komplexen Konflikte in der Welt nicht bei uns auf dem Campus lösen. Was wir aber tun können, ist alles daran zu setzen, dass sich diese Konflikte nicht auf unserem Campus ausweiten. Jedes einzelne Mitglied der Universität kann einen Beitrag zu einem toleranten und respektvollen Umgang und zu einem friedlichen Miteinander leisten. Lassen Sie es mich klar sagen, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Rassismus oder andere Formen der Diskriminierung haben keinen Platz bei uns auf dem Campus. Wer diese Regeln des friedlichen und respektvollen Miteinanders missachtet, ist hier nicht erwünscht und gegen Verstöße werden wir weiterhin mit der notwendigen Konsequenz vorgehen. Auf unserem Campus lernen, lehren, forschen und arbeiten Menschen. Menschen verschiedenster kultureller, ethnischer und sozialer Herkunft. Menschen mit unterschiedlichen Religionen oder Weltanschauungen. Mit verschiedenen Bildungshintergründen und mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität. Sie alle sind willkommen. Sie alle haben die gleichen Rechte. Sie sollen hier lernen, lehren, forschen und arbeiten können. Und liebe Mitglieder der Heinrich-Heine-Universität, wenn es einen Ort gibt, an dem man lernen kann zu differenzieren, Ambivalenzen und Widerspruch auszuhalten und anspruchsvolle Debatten zu führen, dann ist es die Universität. Wir können erleben und vorleben, was es bedeutet, abweichende Meinungen anzuhören und zu diskutieren. Niemals aber dürfen wir sie vorschnell ablehnen und sie schon gar nicht mit Gewalt beantworten. Die Rolle der Heinrich-Heine-Universität als ein Ort von Forschung und Bildung muss gerade in dieser Zeit bewusst wahrgenommen werden. Es ist unsere Aufgabe als Universität, zu einer Versachlichung der öffentlichen Debatte beizutragen. Und es ist genau das, was wir können. Denn gerade wir verfügen doch über das Handwerkszeug, einen differenzierten Diskurs zu führen. Wir können uns hochkomplexen Fragen vorurteilsfrei mit wissenschaftlichen Theorien und Methoden nähern. Das versetzt uns in die Lage, umzugehen mit Ambivalenzen und widerstreitenden Meinungen, Zwischentöne zu hören und die Grauschattierungen zu sehen. Als Ergebnis präsentieren wir dann zwar keine vermeintlich einfachen Antworten, keine moralisch aufgeladenen Parolen als Ergebnis eines auferlegten Bekenntniszwangs, dafür aber gut durchdachte Szenarien, tragfähige Lösungen und realistische Utopien. Die nun anstehenden Festtage erinnern uns daran, wie wichtig es ist, zusammenzustehen und hoffnungsvoll auf die Zukunft zu blicken. Lassen Sie uns versuchen, der hohen Veränderungsgeschwindigkeit unserer Zeit mit Inhalten zu begegnen und uns auf die Möglichkeiten zu besinnen, die der universitäre Raum bietet. Im Namen des gesamten Rektorates wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Freunden erholsame und besinnliche Feiertage. Kommen Sie gut und gesund in ein hoffentlich friedlicheres Jahr 2024.